Was dabei rausgekommen ist, hört auf den Namen, mit mir habe ich nicht gerechnet und hier ist der Meister selbst, Gerhard Walter. Dankeschön, 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 yeah. Wow. Dankeschön, sehr, sehr, sehr nett von Ihnen. Wow, schön. Und da habe ich einen Tipp für Sie, einen Tipp fürs Leben, wenn Sie einen Hai sehen, umdrehen. Also da kann Ihnen nichts passieren, da sehen Sie safe, aber wenn Sie mal im Meer schwimmen und es kommt ein Hai auf Sie zu, umdrehen. Also nicht sehe ich, das bringt nichts, also der Hai beißt in den Rücken, den Hai. Und auch nicht so, weil das bringt auch nichts, der Hai schwimmt eine Runde und hat sie wieder auf den Rücken. So, nehmen und auf den Rücken treten, weil dann kann er nichts machen. Dann verfällt Ihnen so einen katatonischen Zustand und ist ganz high-floating, ist das. Wirklich bedenkenlos, am Bauchgerall, du kannst den Nählbogen draufgeben, Cocktail abstellen, mit einer Runde schwimmen. Wenn Sie es durch den Zoll schaffen, können Sie das Haustier nehmen, wirklich alles gut. Also wichtig, Tipp fürs Leben. Wie Sie das genau machen, das überlasse ich Ihnen. Da gibt es ja auch diese Kartensprüche, die uns diese großen Lebensweisheiten vermitteln. Genieße den Tag. Ach so, ich habe glaube, die sollen mir einen Hunderter-Nagel ins Auge stecken. Nein, nein, Spruch nicht gelesen, klar, weiß, was ich wissen. Und dann geht es in die Pizzeria, einmal die Quattro Staccione, bitte. Sie wissen schon, dass Sie einen Hunderter-Nagel im Auge haben. Ach, danke für den Input, Kartenspruch nicht gelesen, deppert von mir. Deswegen gibt es ja auch diese Motivationstrainer, die dich anfeuern. Come on, you can do it, come on, I am the best, come on, you can do it, I believe in you, come on, I am the best, you do it. Meistens sind es Amis. Was aber eh gescheit ist, hätte ich gesagt. Weil ein Wiener Motivationstrainer, also bitte nicht missverstehen, ich lebe gern hier. Es ist wirklich eine wunderschöne Stadt und sie hat viele Vorzüge. Aber für Motivation ist sie nicht bekannt. So ein Wiener Trainer hast, dann... Willst du den Sieg, wirklich? Ja, das schaut mal schlecht aus. Ich meine, das schaut, ja, hat er noch. Die Konkurrenz ist ein Wahnsinn, das schaffst du nicht. Das ist ja lächerlich. Eh mutig, vergiss es. Was man auch hätte machen können, und ich glaube, wir haben als Menschheit eine große Gelegenheit verpasst. Wirklich. Es wäre fast einmal Sackhüpfen olympisch geworden. 1904 war das eine Herzeigedisziplin und man hat sich schade dagegen entschieden. Er hätte es so gern gesehen. Alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen Sackhüpfen. Denn 100 Meter Sprint, also Sprint war es ja nicht, aber 100 Meter Sprint. Da hast du dann auf Bahn 1, unser Teilnehmer aus den Vereinigten Staaten. Und dann auf. Auf Bahn 2, unser Teilnehmer aus Frankreich. Und dann... 110 Meter Hürden, könnt's mal anprobieren. Wenn man dann da steht und... Hat man nicht gemacht. Finde ich schade. Hätten wir machen können. Aber eine Welt, in der die Helden in einem Sack einem Ziel entgegenhüpfen, war man nicht unsympathisch, glaube ich. Das war's von mir. Dankeschön. 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 Gerhard Walter.